Schön ein kleines Röntgen, unrated. Wie lange müssen wir das eigentlich noch machen? Naja, bis wir Level 20 sind. Doch viel zu lange. Naja, naja. Ich hätte ja für letzte Woche fast ein Weekly geschafft. Es gibt 25.000 Punkte. Ja, das ist einiges. Ich habe aber auch das Gefühl... 25 Deathmatches. Ich habe das Gefühl, dass man mehrere Weeklys machen kann, weil als ich letztes Mal in der Zeit mit einer Weekly fertig war, wurde die durch eine neue Weekly ersetzt. Aber eigentlich... Also vielleicht habe ich da auch was falsch gesehen. Ich nix wissen. Ich nur schießen. So, Ascend kennt ja jeder. Was sind wir eigentlich? Sind wir Defender? Ja, wir sind Defender. Gut, dann können wir nur wieder aufwarten. Aber Mike muss ja eh erst mal die Map laden. Haben die einen Bot? Ja, einen Bot. Boomer? Oder einer heißt Omen und ist Omen. Richtig. Vielleicht ist das... Ja, ich muss gerade sagen. Vielleicht hat er einfach... ...einfach seinen Account... ...hat er sehr viel Luck gehabt. Ist nicht Boomer so ein typischer Rocket League-Bot-Name gewesen? Ja, stimmt. Mein Gott, die Rocket League-Zeit. Zeit nochmal für ein Turnier, wa? Ach Gott. Jo. Das wäre doch auch mal geil für den Stream, oder? Ich bin A. Ja, auf jeden Fall. Ich befürchte nur, dass ich alles verlernt habe. Schau mal B. Du doch. Das ist kein Spiel, in dem ich besonders gut bin, Flo. Oh, das ist ja feroch. Das ist doch mal der Beste von uns. Hüben-Modus. Ich habe mich zu dem Bot gestellt, hier zu unserem Ferocious und immer meine Waffen schnell gewechselt. Das denkt er bestimmt, ich bin Pro. Okay, sehr gut. Ich drehe schon mal Schritte auf. Auf den Bö. Okay, in der Mitte, Mitte, Mitte. So war ich erst mal wieder daran gewöhnen, zu schleichen und so einen Scheiß machen. Okay, wurde geblendet. In der Mitte. Nee, wird auf jeden Fall rumgetippelt. Au. Ja, es ist B. Oh, was habe ich denn da gemacht? Das war ja nicht gut. Oh, das war ja großartig. Der ist schon pro. Die sind bestimmt in dem Räumchen hinter dir. Nee, der ist da hinten. Am Startpunkt war noch einer. Jawoll. Nice, boys. Oh, da war ja noch einer. 3A, rennt da rein. Bam, bam, bam. Flo spielt kein Valorant. Flo spielt Call of Duty. Da war ja wohl nur Glück, dass ich noch einen dabei hatte, der es viel besser kann als ich. Das ist grundsätzlich immer Skill, Flo. Egal, was passiert. Es ist immer Skill. Du hast auch gerade vergessen, DJ Easy zu schreiben. Was für erste Runde und direkt. Geht. Ich glaube, die Aufteilung war ganz gut. Hier in diesem kleinen Raum ist man ein ganz geiler Springer. Wenn die durch die Mitte kommen oder hier bei B halt. Ganz geil. Okay. Auch einen coolen Raum. B ist ruhig bisher. War auch. Ah ne, da hat gerade jemand mit dem Ding abgeschossen. Ja. Ich sehe sie da oben. A ist ruhig. Da steht einer mit dem Sniper ganz hinten. Ja gut. Sniper. Ich trottel. Ich schätze mal, die gehen auf A, oder? Ja. Auf A kam einer, ja. Macht es jedenfalls den Eindruck. Ja, das ist bei A. Wenn der dich kriegt. Wir sind am Plan. Ja. Spike planted. Einer ist auf jeden Fall unten drin. Jo, geht runter, Mike. Kann man auch kaputt schießen, ne? Nein. Ich weiß, was ist denn hier? Oh, sorry. Das ist auf jeden Fall einer. Ob du die Waffe nehmen kannst, Mike. Hast du schon? So, so, man muss eins dann. Ja, war klar. Der ist links hinter den Kisten, aber... Ich halte mich mal für den, mal gleich. Oh, aber halt mal. Das ist erst der zweite. Der ist der zweite. Oh, was? Nein, scheiße. Oh, sorry, es waren noch zwei. Ich habe es eben. Ich habe echt gar nicht darauf gehabt. Ich habe das Semester gezupft gehabt. Das war einfach ein unehrenhafter Gegner. Sich da einfach über den Haufen zu schießen. Also, die sind auf jeden Fall was langsamer, die Jungs hier. Du hast das internationale Zeichen für Messerkampf gemacht und der hat es einfach nicht appreciated. Ich habe mein Messer gezogen. Soll ich mich da unten hinstellen? Ich habe die Bulldog. Protect your motherland. Ich habe keine gute Waffe. B, die kommen über B. Hm? Ich rotiere rüber. Was sind drei Teufelsnamen? Nein, das ist eine scheiß Waffe, die ich da kaufe. Ich kaufe die trotzdem immer wieder. Das Gefühl, der rotiert zu A. Ich glaube auch. Haben wir den Spike noch? Okay, ne, der ist noch da. Ja, der Spike war da, wo der Kollege gerade verreckt ist. Sehr schön. Da war Glück im Rennen. Das war Skillflug. Was habe ich eben gesagt? Sie werden von meiner Sachen wegschrauben. Super easy zu holen. Hier ist noch eine gute Waffe. Ich habe übrigens letztens in einem Video gesehen, dass Waffen ohne Schalldämpfer so Tracer-Linien haben, dass man den Gegner sehr gut, quasi die Location des Schützen, sehr gut erkennen kann. Ich weiß nicht, ob das... Sieht hier nicht so aus, als ob ich da keinen Tracer hätte. Du willst spielen? Let's spielen! Aber wir sind doch schon am spielen. Hier bei A ist was. Okay. Mit was hat der denn da geschossen? Oh, ich darf das nicht mehr. Was? Ist das seine... seine Ulti? Das ist ja dieses Gewehr? Oh, fuck. Da stehen sie in der Tür, Flo. Bei A. Ah. Ja, dahinter. Der war so gut getroffen. Macht der wohl nicht so viel Schaden. Wir haben in der Zeit ein bisschen Julian Action. Ja. Sie waren drei von hinten. Nein! In dem Moment kommt da hinten hoch. Ach, Gott. Ich hasse schlechtes Timing. Ich versuche tatsächlich mal die Sheriff. Das ist eigentlich nicht meine... meine Waffe. Ähm. Ich will eigentlich genau die richtige Waffe fehlen. Die Wecke. Geh mal mit zu A. Ah. O, baby. Ich mache einen Daumen. Nein, Spike, Freddy. Okay. Auf dem Weg. Ah. Da steht er in der Ecke. Ach so, noch sich. Kontakt auf den Spike. Ne. Oh, die machen bei A. Die Tür zu. Was für ein Hin und Her? Oh, nein. Da läuft einer. Da läuft einer. Mach mal defuse. Schaffst du. Da kommt einer von vorne. Links in der Ecke. Da gehen wir alle drauf. Oh, Mann. Oh, Mann. Jungs, wir waren immer schon die besten Angreifen. Mach doch. Das ist halt tatsächlich. Das bewahrheitet sich. Ach, Mann. Ich gehe mal B. Irgendwie habe ich mit A kein Glück. Ich fühle mich an A ganz gut. Ich muss sagen, ich komme gut mit B, klar. Bleib hier. In diesem Raum, wo du gerade bist, Gratusco, ganz praktisch. Da kannst du halt auch mal schnell in die Mitte gehen. Safety's on. Okay. Mitte war einer. Irgendwas ist hier noch bei A. Mitte hat einer gesmoked. Warum ist der nicht tot? Ferocious hat er disconnected. Keiner flogen. Sie sind noch zufrieden. Oh, Mann. Du darfst, Sage. Hat ihre Ulti gesetzt. In der Mitte. Wir kommen jetzt von hinter uns. Ja. So, das auf jeden Fall. Wir sind hier links und links. 30 Sekunden left. Oh, da liegt eine Wende. Ich meine. Ja, sagen lasse ich doch. Spike down A. Okay, der ist hier. Wie ist es zu fort? Okay, geht's great, guys. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Guck, ich nehme die Wende. Ich werde mir besser. Da war jetzt aber auch wieder eine sehr ruhige Runde. In dem Sinne. Will einer die, äh... Haben wir jetzt ein Bot dazu gekriegt, oder? Äh, ich schätze mal... Weil Ferocious ist wieder da. Da stand aber gerade, der ist disconnected. Und ich glaube, dass der jetzt tatsächlich, äh, dann... Ja, doch rumsteht. Ja, ich glaube, ich bleibe hier erst mal ein bisschen defensiv. In der Mitte gucken. Oh, da steht er da so dumm. Ach, Mann, ey. Bei B in dem kleinen Raum. Da steht er gerade ganz schön. Der FPS drops. Ach, der hat durch die Wand geschossen. Bei B ist einer. Nämlich macht der Tipee gerade. Ja, okay. B B. Oh. Hat die Ult von Omen gerade ein bisschen fertig gemacht. Anniens. Sehr gut. Oh. Geht hoch, der geht die Treppe hoch, Flo. One enemy remaining. Nein! Oh, jetzt ist auch noch die Wendel weg. Verflucht. Ich war mir so sicher, dass der hinter der Ecke hängt. Nämlich. Stay in range of my Stim Beacon. I'm gonna mow them down. Ah, komm. Ich erlaube mir mal. Stimmt, wir bekommen jetzt hier, glaube ich, dann... ...immer einen... ...einen Ultimate Orb. Oh, habe ich dir den jetzt, hätte sie damit dann voll gehabt? Ich hab die sowieso noch. Ach, okay. Ich hab die voll. Ich brauch einen Kill, dann hab ich auch meine Ult. Oh, na. Achtung, bei B. Ich hab den Spike hier bei B, da sind noch welche. Ich hab ihn nicht so schleichen müssen, glaube ich. Okay. Da hab ich die, das ist die einzige gewesen, die gewusst hat, wo sie ist. Schleichi, 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 schleichi. bei dem spiel ist 5 von 12 freunde das herz aus der brust wenn er den 1 op einsammelt immer raus mit dem kreis ja bei mir ich muss ja dann auch jemanden schießen ja du kannst ja auch aus verdacht das geht ja durch wände durch das geht über die ganze you want to play let's play okay ganz fieses grappel hier auf a glaube ich was war das für ein kill ich hab verkackt das bei war bei 18 wo die sind es bei war bei a die sind ja die tür direkt hier einfach kaputt da ist einer rechts direkt hinter der tür was er ist immer noch hinter der ist wahrscheinlich rechts dann nicht verwöhren lassen das ist er nicht das ist eine mein gott wieder dass ich wiederbeleben wurde das war von mike diese tippelschritte floh das ist einfach nur eine fähigkeit von ihm das simuliert halt schrittgeräusche und macht diesen diesen kleinen oh mike du musst du kannst auf deine mauer einsetzen ihr könntest du damit könntest du mit durch zumachen schade dass ich den nicht erwischt habe gerade oder direkt hier wenn du willst achten die kommen über mitte was ist das denn weg da hier ist bei armen durch schritte ja er war erst dauernd ok sie sind hier was wie sie denn da hingekommen wieso ist er nicht tot hat sie durchschießen ja 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 genau so floh schönes ding den fein willst du nicht so wie kommt mir keine bessere waffe leistet ja alles gut alles gut ah tote aus ich sehe gleich abschänder ich bin so frei obwohl ne mike mach du das nun gut nun gut bisher ist hier noch nix entschieden jungs bunny hoppen kann ich nicht dieser kleine smiley auf meiner bombe auch auch wie kann das sein die da spike down 1 A One enemy remaining Nice sehr schön ich habe gesehen wo ich auch noch zwei ja dann nimm ihn dir doch dann brauchst du nur noch einen kill hast du deine holt und kohlen ausgeben das letzte runde vom swap wir verkaufen uns gar nicht mal so schlecht würde ich sagen ja stimmt das vergesse ich die ganze zeit komm bei b rum die planten bei b war ich bin total verwirrt von dieser ja ich hatte noch zwei bei der fd da ist auf jeden fall einer ganz hinten in der in der hülle war jetzt mal bei a bei b was hast du da geworfen ach das sind diese kleinen blast packs dieses noch mit ihr kaufen kann die machen auch ein bisschen schaden und vor allem kann man damit selber ach ja und ab und die sachen werden halt gemacht also dann mit sachen hinter der wand hervordrücken aber immer her kauft ihr eigentlich nie ob hier waren wir immer besser doch eine schöne nummer so doof ich hatte die ulti noch ja ich hatte beinahe auch aber ich habe ich habe auch schon wieder nicht gerafft dass es drei sind ich habe schon wieder nur mit zweien gerechnet nie 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 so du weißt wo du smokest wer hat den plan den plati so die bei uns oben 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 direkt, ja. Jungen! One enemy remaining. Last player standing. GG, Alter. Ja, ganz kurz Panik gehabt. So, ich glaube jetzt noch mal die Bulldog, die ich nach wie vor nicht geil finde. Weiß auch nicht warum. Kann mich damit einfach nicht anfreunden. Julian? Ja? Kann ich mir der Drohne über diese Wand vor uns rüber herfliegen? Du meinst da oben rechts über die Ecke? Da oben, ja. Äh, ich weiß nicht wie man mit der Drohne hoch und runter, ob das überhaupt geht. Man kann auch runter. Aber mal probieren, ne? Ne. Mist. Nein, geht doch! Rechte Seite, wenn ihr reinkommt, scheiße. Ich hatte uns direkt niedergemäht. Rechts oben in der Ecke. Achso, hat der Mike schon geklärt, Alter. Hatte einmal, wo ich den Spot nicht abchecke. David! Oh Mann ey, da habe ich so schlecht geschossen. Ich habe das Gefühl, Flo, keine Kritik, aber ich habe das Gefühl, deine Maus ist ein bisschen zu langsam eingestellt für die Art wie du spielen möchtest. Ich kann den Satz irgendwie so richtig formulieren. Wieso mauset ihr das mit dem Aus? Ich dachte, du bist nur ein Controller. Hä? Mit Trackpad? Check. Check. Charges. Check. Brakes. Ich brauche das nur mit der Tastatur. Ist einsatz ready. Meiner nicht. Ich habe so eine Maus, wo ich oben mit einem Daumen auf so eine Kugel drehe. Und wir gehen diesmal? Wie ist es? Nein, Mike hat es nicht für A entschieden. Die Bombe hat gesprochen. Ich verstehe die Frage nicht. Oh, magische Miesmuschel. Soll ich dieses super doppel lecker belegte Sandwich essen? Ja. Diesmal müssen wir aber direkt da rechts hingucken. Focked. Vorauf. Fung. Führt schon auf. Ok. Hook of man. da ist einer gefallen hast du das denn da ist ein omen und phoenix an der tür einfach nur die bombe nicht sterben die braunen flecken noch mal rauskrieg aus der box wenn ich den noch mal nehmen einfach mal eine runde seine waffe zu behalten das hat so viel geld man baut noch einmal a und dann gehen wir b ja ja würde ich auch sagen ok doki bei den spike markt ist unser bombenmann fühlt das ganz gut dann ist es ja hier quasi die erste angriffswelle und ich habe richtig schlechte waffe hierfür fällt mir gerade auf nein sorry die bombe ist richtig kacke und wir rotieren nein diese oh gott was habe ich da gemacht da würde ich nicht stehen bleiben floh der hat ein scharfschützengewehr der spike floh der spike nach rechts ja genau das ding nach links ja ja da wollen wir das bündchen haben jetzt müssen wir nur gucken wo die andere kommt ich bin so dumm ich hätte einfach warten müssen der ist da oben auf der brücke floh außerdem recht die tür aufgemacht ich mache ich sie auch gleich ja ja ich lasse ich einfach mal gehen die smoke gehen die smoke ja jetzt kommt einfach schießen ja auf jeden fall ja und zwei seiten ich habe keine stritte hören wenn das gut die ganze zeit schreit ich stelle mir vor mit tosko horrorfilme gucken wir es halt auch wieder so aber ich bin ja nicht besser ich labere auch immer dazwischen so die holen wir uns jetzt kaufen uns richtig das phoenix wenn der tod ist ist er nicht gestorben und dieses doofe langsamer laufen wenn wir getroffen kommen durch den b durch den k da ist er oben und auf dem platz nein scheiße das war nicht gut position von mir hätte ich schneller rüber switchen müssen man so eine gänse kacke wir machen noch mal eine b nummer das kann ja nicht sein dass wir da nicht performen dafür liegt seine frechheit explosions korgi und dann ab dafür brauchen mehr wände auf jeden fall es sind wände im haus das war richtig schlecht ins blinde rein meine ult warum nach gottchen noch mal hier fokus nee ich nehme das nicht mehr ich verballer meine ultra komplett lächerlich ich habe meine ganze zeit noch ja dann musst du die einsetzen einfach in den rauch geballert auf gut glück das ist ja schlimm da möchte ich ja duschen gehen so sehr ekele ich mich vor mir weiter diese und dann dazu koest bis da ist der ist da unten in der bude da rechts in dem dinge drin ist ja 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 sorry du kriegst die ganze zeit was mit wenigstens lebt jetzt noch und ist nicht schon tot tosko wollte halt die erwarten uns doppelseite vielleicht rotieren vielleicht rotieren wir wissen dass wir zurückgehen ja da müssen müssen wir durch müssen wir durch da ist einer der phoenix der molli wieso habe ich denn kein mit meiner super gekriegt ich habe gesehen wie der hinterher naja der bereich ist ja jetzt auch nicht allzu riesig wüsstest sie wahrscheinlich damit einfach nicht direkt oder nee dass das auch nicht das auch nicht siehst das rechts immer wenn du wenn du schaden gemacht hast in der runde dann wird dir das ist wenn du gestorben bist oder ich glaube auch am ende der runde wird dir das rechts gezeigt damit welcher fähigkeit wie viel schaden und wenn man lang gehen ja machen wir jetzt jetzt denken sie wir sind hier müssen jetzt aber schleichen wir sind ja auch immer einer weniger als die hier ist nach Das ist frei. Hier im kleinen Raum ist einer. Die haben wir uns gesehen. Ich hab den Spike, ich Idiot. My bad, my bad. Where sind die? Da wo wir sonst nochmal herkommen. Nein, er ist oben auf dem Weg. Auf der Holzplanke oben. Heaven. Ach, Gottchen. Schönes Ding. Ey, vielleicht? Nee, komm, wir fangen gar nicht erstmal mit der Hoffnungsnummer. Ja, ja. Nee. Uh, das kann man nicht pingen. B? Mal wieder was ganz crazy. Ja, komm, ich, ja. Jetzt legen wir es drauf an. Das ist natürlich mein Sporn. Wie über die Mitte. Jetzt müssen wir ja riskieren. Ja, über die Mitte. Finde ich das eine gute Idee. Ja. Haben wir gar nicht gemacht. Wir müssen aber dann da ganz hinten aufpassen. Da wird einer sein. Der könnte uns sehen. Nein, er ist hinter mir. Rechts, wenn er durchgeht. Oh, Mann. Wir müssen hier sein. Das ist ein Spock. Der ist mein Spock. Ich weiß nicht, wo wir sagen. Das ist ein Spock. jetzt wird richtig schon gekämpft Jungs er kann halt irgendwie teleportieren der Typ glaube ich wir müssen alle Augen und Ohren offen halten das ist dieser Juru das kann auch seine Ablenkung sein ganz ruhig bleiben nein es ist bei Mike auf der Seite genau das meine ich wie ist der da rübergekommen ich verstehe seine Fähigkeiten einfach nicht aber ohne Sound na gut vielleicht habe ich nichts gehört weil ich schon tot war ich kaufe jetzt einfach alles einkaufen alles kaufen sollen wir noch mal eine A Nummer versuchen irgendwie so ich habe das Gefühl damit rechnen die jetzt nicht passen Smoken und dann ich werfe aber ich werfe eine Granat über Mitte bis dahin geht keiner und macht ein Geräusch ja ok ok jetzt schleichen nein das hört man Tosco ok das hätte ich mir sparen ok jetzt gehen wir auch drauf auf den Spot und go 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 Mike hat den Spike Mike hat den Spike das ist nur ein Slow Field keine Panik oh der ist direkt da drin das gibt es doch nicht unten in der Hütte bei Tosco genau im Tanken oben durch den ah scheiße der kommt durchs Kabufs Achtung wir müssen gucken ob der defuse wie ach nee doch nichts war ein anderes oh ich dachte schon wir müssen gucken ob der defuse ja gut ok haben wir aber nice boys nur noch mal die blöde Wendel muss ich mir jetzt noch mal kaufen ey oh man aber die Kohlen haben wir und jetzt noch mal B über die Mitte ja komm let's go jetzt noch mal B über die Mitte aber ich komm anders zu euch ich gehe nach rechts ich mach bei A ganz kurz gebe ich den mach mal einen kleinen Robi los und ihr schleicht schön über die Mitte rüber zu B wartet noch wartet noch wartet noch ein bisschen bleibt ganz entspannt und denkt dran wenn die rotieren laufen die euch vielleicht in den Rücken ok ihr könnt schleichen wir wurden hier gesmoked bei uns in Mitte ja dann steht der durch den Torbogen rechts wahrscheinlich da steht einer rechte Seite ich hab den Fokus vorgegangen der Omen will sich hinter uns ziehen da war schon hier da war schon hier spike down mid M colorful kill dropped ich hab den Fokus vorgegangen 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 du kannst nicht haben da ist der Fokus vorgegangen aber ich hab den Fokus vorgegangen Was machen wir? Ich möchte die Gold haben, dann kann ich... Oh ja, okay, ja, hol dir die, hol dir die Gold. Wir schleichen nochmal A, glaube ich. So wie wir es immer gemacht haben, die ganze Zeit. Und das schleichen wir jetzt einfach durch. Schleichen oder nochmal... Tatsächlich mal alle direkt zusammen, sodass wir die zeitliche Komponente für uns haben. Da schleichen wir uns jetzt einfach durch. Und wenn wir beschossen werden... So eine Mama gleich dann hinter uns machen, Mike. Also quasi, wenn wir auf dem Punkt sind, eine Mauer in den Durchgang und dann das Tor runter. Okay? Also du meinst in den Haupteingang auf so einem Platz. Ja, aber erst, wenn wir auf dem Punkt sind. Ja. Okay, unschön schleichen, ne? Ja. Nicht den Orb einsammeln. Hier ist aber auf jeden Fall was gelegt worden. Genau, das ist der Teleporter. Ja, dann Teleporter kaputt machen. Ich mach die Tüze drauf. Ne, ist hier keiner. Okay. Dann plant ich. Man kann sich die Mauer machen, Mike. Ja. Oben auf den Heaven gucken. Hier oben in Heaven rein. Oh, wer hätte das denn gemacht? Sage is down. Bomben oben. Oben auf den Planks. Ist da oben. Rechts. Ja, da oben. Ist da drin. Da ist er echt. One enemy remaining. Guys. Der ist hier um die Ecke, glaube ich. Danke für den Heal. Oh, das ist zu viel. Junge, fünf Matchbälle. Geil. Das war. Ey, Leute. Das haben wir richtig schön noch zu Ende gespielt. Also wieder geht es mir. Danke. Und geht es mir auf, was er ist mir gehört. Und das ist mir mü playersocarfahren.